Ja, kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen, was hier los ist. Kannst du nicht mehr sehen. Ist aber auch besser, wenn man die Fresse von manchen nicht sieht. Wenn sie nur auf die Klappe halten täten. Die Klappe, die Filmklappe oder was? Und ich stehe immer hinter der Kamera, ich habe jetzt hier einen Mund-Nasen-Schutz natürlich auch nicht auf. Die können dann auch das schöne Zeugnis mal essen, die Buchenkeimlinge. Die gibt es nicht jedes Jahr in so rauen Mengen. Alle zwei, drei Jahre. Die sind ganz lecker. Frisch. Könntest du dann auch nicht essen, wenn sie sowas davor haben. Nee, kannst du nicht. Ansonsten ist das Chobau-Wasser hier unten. Die Chobau angestaut an der Tauschbare Krübstein mit frischem Erzgebirgswasser, welches selbiges aus dem Erzgebirge kommt, wo jetzt Anfang Mai noch der Schnee liegt.